ah hoch ist er da hoch da kommen ein paar fischer hinter uns wir müssen ein bisschen auf uns warten Jaja wir kämpfen denn jederzeit hier ne Runde also ich bin sehr zufrieden mit meinem Kommandant Wo fahre ich hier eigentlich gerade hin? Äh, Navigator. Ich weiß es nicht, fahr doch mal zurück. Oh oh. Warum sprecht ihr euch nicht genauso ab wie Peter und ich? Weil Kenny keine Karten lesen kann. Hey, du fährst die ganze Zeit schon falsch. Fahr doch mal zurück. Wohin zurück? Gib mir mal genau hin. Alter, dreh dich rum. Dreh dich um und fahr den ganzen Weg zurück. War das denn gerade so schwer? Doch. Wieso lösst du dich einfach mal, was auf der Karte steht? Alter, fahr den Weg zurück. Wo fährst du denn hin? Ich schau nur die ganze Zeit. Miau, 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 miau. Fahr weiter, dann links. Geht doch. Mehr will ich doch gar nicht. Geradeaus. Das ist ne Rifle. Ne, doch ne Rifle, aber ich glaube, die ist nicht allzu gut. Ah, kannst du dir angucken. Ich lasse sie dir mal da liegen, Patrick. Sammle mal ruhig auf. Okay. Links. Lass sie mir nicht zweimal sagen. Brauch ich mal Pistolen? Wahrscheinlich nicht. No. Keine weißen zumindest. Wo seid ihr denn? Wir haben ja schon alles gesäubert. Rechts. Da hinten sind sie doch gucken auf die Web. Wo seid ihr denn langgefahren? Rechts. Aber nice. Gleich links. Ne, rechts muss er. Hör nicht auf Jade, du musst geradeaus. Rechts. Wobei geradeaus hätte, glaube ich, auch nichts. Rechts rechts. Über die Brücke. Links. Ne, nicht ganz links. Also halb links. Da sieht er uns doch schon, oder? Jawohl. Jawohl. Habst du ein, zwei Vögel hinter sich? Das sehe ich auch gerade so. Mein Gott, ey, die Schwulettenbande hier. Das ist aber, äh, eigentlich die, äh, Autos. Und uns, als Schwulettenbande. Hallo, vielleicht haben wir homosexuelle Zuschauer. Dann möchte ich mich hiermit bei allen für Johnnys unsägliches Verhalten entschuldigen. Alles klar, mach du das. Da oben ist ne Unzunskiste. Da oben hängen Racks. Und zwar Level 24. Ah, jetzt kommen sie runter. Da müssen wir aber nicht rum. Da wollen wir aber hin. Ja, da kommen wir noch hin. Ja. Und da kommen wir wieder. Hier kommen wir noch nicht hoch. Na, ich denke, wir müssen ja einfach... Loll. Wann ist denn da mit dem Spindling da los? Kommt doch nicht so angerannt. Mein Gott. Die kommen wie die Droideka angerollt. Ja, richtig, angerollt. Voll nice. Die kam angerollt. Das Vieh. Auf jeden Fall. Du sagst, das war angerollt. Angerollt. Da ist ne Munitionskiste. Oder ist das... Ne, ist ne Waffenkiste, oder? Ne, ist ne Munitionskiste. Ach, scheiße. Ach, egal. Homophobie nennt sich das. Boah, ich hab die ganze Zeit doch diesem Adjektiv gesucht, um Johnny zu beschreiben. Menschenangst? Nein. Was denn sonst? Du kannst es ja mal bei Wikipedia nachlesen. Homophobie? Ja. Was ist denn das? Klasse Jäger. Ein Artefakt für dich. Hat, äh, Peter. Ah, danke. Get set. Danke. Rack. 25er Rack. Ist eure Rückkehr Level 2. Wow. Ist noch was hinter euch, irgendwie hinter dir, Jay. Alles gut. Wee. 25er Rack ist da. Wie geil, lieber abstürzen. Soll mal gerade fliegen. Wie die Mücken vom Himmel. Aua. Ronscha freigeschaffen. Der zähe ist der Hund. Da oben steht die Waffe. Da steht auch eine Waffe. Das sieht hier übrigens ziemlich cool aus, irgendwie. Ja. Oh, fuck, was hab ich denn da eingesammelt? Ein Detonation Hammer. Ne, Detonating Hammer. Deton, doch Detonating Hammer. Sie haben ihn Rocket Ronscha. Das ist Kenny's. Und das ist Orange. Das ist... Oh, ja. Oh, ja. Danke. Johnny, da warst du, glaube ich, gestern gar nicht da, als ich das gesagt hab. Die Farben. Die unterschiedlichen von den Dingern. Peter, blaues Sniper für dich. Level 22. Und noch ein Sniper Level 25 für dich. Oh, ich komme, ich komme, ich komme. Ich kann sie dir auch mitbringen. Ja, oder das. Patrick, willst du dann meine alte... S&S Upgraded LB7 Vicious Sniper. Wo bist du denn, Peter? Wo bist du denn, ist die Frage. Wir sehen uns doch alle mit diesen Pfeilen. Ja, kannst du auch. Was weiß ich, wer da wer ist. Das stimmt auch daran. Jawoll. Ja, wo kommt die denn da? Fallt vom Himmel, ihr Fickviecher. Ich hasse diese Vögel. Das nennst du Vögel? Da legen sie beide Päder. Da würden mir viele Namen für einfallen, aber... Vogel? Äh, Moment. Ich gebe dir jetzt mal meine alte Wappen. Das ist sehr nett. Wie dachte ich an. Oh, die ist ja lila. Und die ist schlechter als die, die ich habe. Okay. Wieso habe ich eine bessere Waffe gehabt als du? Weiß ich nicht. Ich kann dir noch eine geben, warte mal. Da klausst du auch, kennen immer die guten Waffen. Hey, hier ist eine Frau. Hier ist noch eine Waffenkiste. Ja, mit der haben wir schon geredet. Ja, sicher auch doch mehr Sniper. Genau. Noch mal zwei Sniper gefunden. Echt? Die sind aber beide schlechter als deine von gerade. Okay. Was ist das hier? Noch eine Schotgun. Oh. Gar nichts, Penny. Gar nichts. Wo müssen wir denn hier einen Weg freiräumen überhaupt? Willst du die haben? Ich? Da? Oh mein Gott, jetzt müssen wir bis da fahren. Ja. Was sind eigentlich die Fragezeichen? Die wirst du wahrscheinlich eh nicht gebrauchen. Die brauchst du eh nicht bei deiner geilen neuen. Ich sammle sie ein, wenn du sie ganz schwenkst. Ja, ich nehme die. So. Wegen der Geld nehme ich die schon. Ich lasse die halt bei dir primär, weil du die Shotguns brauchst. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich muss mal kurz Aufnahmenstopp machen, ich wurde angeschrieben. So, ich bin wieder da. Wo seid ihr? Wir sind ein bisschen rumgegabelt. Äh, sollen wir nochmal? Eins, die. Wird es einen auf die Schnauze? Sind sie dir sicher? Können gerne mal probieren. Okay, dann probieren wir das. Ah, warte, warte, warte. Ich bin gerade nicht aufgeladen. Moment, ich will meinen Borg wenigstens haben. Du darfst sie ja auch benutzen. Okay. Äh, okay, jetzt kommen wir. Ja, bleib doch stehen. Ich muss dich doch erstmal hauen. Ah, nicht länger gültig. Warte mal kurz, warte mal kurz. Nicht länger gültig. Warum ist nicht länger gültig? Vielleicht solltest du einfach nicht laufen die ganze Zeit, wenn... Ich lasse doch gar nicht. Du hast aber gerade eben. Ja. Vielleicht lasse ich dich so. Jetzt. Aha. Ich kann mir gar nicht so schnell dagegen wehren. Zwei Schüsse oder so. Aber ich habe ihn immerhin das Schild kaputt gekriegt. Ja, das... Wenn du... Das ist das schöne am Berserker. Das Schild sollte eigentlich kaputt sein, wenn ich die im Modus einsetze. Hammer. Okay, äh... Autos holen und weiter. Ja. Du brauchst mich nicht hoch, Alter. Du brauchst die Munition nicht verballern. Oh, ich habe noch genug. So. Na dann? Im Moment zumindest. Booyah! Sollen wir nochmal vorher in die eine Ecke hier vorne fahren, weil das steht bei mir ohne Entdeckter. Oh mein Gott, Johnny. Was ist denn? Ich habe schon wieder in mein Auto reingefahren. Du bist jetzt in mir reingefahren. Was ist denn hier? Hier stand unentdeckt. Vielleicht ist hier eine Kiste. Da oben ist eine neue Welt. Da ist ein neuer Übergang. Ah, da ist noch... Automaten, falls jemand interessiert ist. Ja, ich. Ich habe zwar kein Geld mehr. Ammunitionen hat man nur noch. Und verkaufen. Klasse Soldat. Zwei, ähm... Oh, okay. Das kostet 177.000. 177.000! Ja, ne, ist klar. Oh mein Gott. Yeah. Aber guck mal bitte, was wir hier an Kohle kriegen bei den Missionen. Da ist einer mit 20.000 dabei und weiß der Geil. Ach echt? Oh, langsam wird es interessant mit dem Geld oder wie? Also ich habe auch kein einziges Schild mit 300 gefunden und ich habe jetzt eins mit 400 live halt. Ich habe 50.000. Die hätte ich auch mal. Ich spare jetzt. Nur noch sparen. Falls irgendwas Gutes kommt. Normal, oder? Oh! Nein. Oh, nein. Ja, das war meine Klasse, das wusste ich gar nicht, dass ich da gerade drüber gesprochen habe. Ich konnte mir das sogar fasten leisten. Ich sage noch extra, da kann ich mir jetzt auch Munition kaufen. 96.000. Boah, Bonzen, ey. Ach, scheiße, Granaten. 96.000. One second noch, please. Gegensatz, Moment, da oben kann man mal hoch. Verdammt. Wenn wir es schaffen. So viel zu den bessern. So. Das ist doch bestimmt was. Ja, da oben geht es noch weiter. Ja, jetzt sind vielleicht hier eine Waffenkiste oder so. Wie geil das aussieht, wenn hier vier Leute sind. Ey, Team, Junge. Auf jeden. Was ist das denn Geiles? Also, ich finde das hier ziemlich witzig. Oh mein Gott, wie nice ist das denn? Oh, da hat einer das Bullseil getroffen. Wie hängt der... Ach, da oben hängt der da dran. Ich dachte, der linke hängt da irgendwie komisch dran. Ja, der rechte, der hat einen Pfeil im Kopf. Ja, und der linke hatte ich erst nicht den Pfeil im Hals gesehen. Na? Ja, das Spiel ist voll putzal. Freu nicht, Jenny. Ist das jetzt nichts? Hier geht es aber noch weiter. Wo? Munitionskiste. Ah. Nee, Waffenkiste. Loll. Ich werde angegriffen. Wow. Wieses. Wiese. Wrecks. Wrecks. Ja, geil. Ich habe mir die Waffe entgegen geflogen. Ein Soldat, klasse mal wieder. Und... Oh, yeah. Oh, no. Oh, no? Was ist mit der Maschinenkant? Die ist mir eigentlich zu langsam. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann um die Summe zu verkaufen. Ja, Moment. Den... Er hat sich doch gelungen. Elektroschockschaden, Fitnessskill, Grenadiersskill. Jetzt muss ich jetzt gucken. Was Fitness... Fitness bringt mir nichts zum Grenadiersskill. Doch, ich wollte dich schon mal drehen, Leute. Ja, mach mal. Verdammt! Das kann sich ja nur um Tage handeln. Bist du die, wa? Geschafft! Uh! Wow! Alter! Was machen wir denn jetzt? Ach ja, wir wollten die SMG sammeln, ne? Jetzt. Nein. Die ist da unten. Okay. Wo ist das Tagebuch? So ein fettes Vieh, ey. Ich hoffe, da oben reinpassen, das pinke Häubchen vom Auto. Wir können ja nicht erst das Tagebuch sammeln. So, okay. Erst das Tagebuch sammeln. Ja, das ist hier in der Nähe. Geradeaus quasi. Du weißt, dass die Teile überall liegen, ne? Wow! Ey, Alter, da ist eine grüne Waffe rausgefallen. Und noch was. Da ist Rakanishu. Der Vogel, da ist Rakanishu. Nicht im Ernst. Doch. Wir müssen hier raus. Oh Gott, der fackelt ja gar nicht. Oh, le, le. Wo ist der hin? Rakanishu hat verdammt viel Leben. Loll, teppisch. Run hitted. Den sollten wir vielleicht nicht killen. Warum? Den sollten wir nicht killen. Ja, weil, vielleicht ist das ja ein Quest. Der kommt doch wieder. Ich treff den nicht. Ich bin tot. Oh, komm. Das schaffen wir noch. Oh mein Gott, wie lebe ich dir denn weg? Nein. Ich bin tot. Tito. Können wir hier eben da hinkommen? Ich versuch da hinzurennen. Kenny, du lebst noch? Ja, ich versteck mich gerade, weil ich im Berserker-Modus bin, um mich zu heilen. An anderem darf er nicht killen. Ich erwischt das Vieh ja nicht so. Boah, nicht nur du. Ich sehe den Kap von weit, ne? Ja, wenn ich den, wenn ich den, wenn ich den wenigstens mal einmal in die Sie kriegen würde, dann könnte ich dem eine klebene Granate. Jawohl, ich hab den mit der Granate getroffen. Yo. Oh, mein Leben. Kenny! Ja, ich bin gerade am Brennen. Wo bist du? Oh, in dem Haus. In dem Haus. Schnell. Ich hab dich. Ja, ja, ich hab dich. 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 Ich hab dich.